Na das ist doch mal ein fettes Schneefallgebiet, was da berechnet wird und zwar vom europäischen Wettermodell für nächste Woche Mittwoch. Die Luftmassengrenze wäre in diesem Fall ziemlich weit nördlich gelegen und in Norddeutschland gäbe es zum Teil heftigen Schneefall. 20 bis 25 Zentimeter Schnee werden da berechnet. In den nördlichen Regionen weiter südlich, da wäre es meist nur Regen, im Übergangsbereich auch Eisregen bzw. gefrierender Regen. Auch da wäre es eine sehr brisante Wetterlage. Aber diese nördliche Luftmassengrenze sieht nicht jedes Wettermodell so. Gerade ist der Sechserlauf vom GFS-Modell eingetudelt und der sieht diese Luftmassengrenze ein ganzes Stück weiter südlich. Das schauen wir uns hier alles in diesem Wettervideo an. Aber so oder so ist erstmal unsicher und das wahrscheinlich noch mindestens bis zum Wochenende Luftmassengrenze über Deutschland. Ja oder nein? Und wenn ja, wo genau? Und das kann man wahrscheinlich erst ab dem Wochenende einigermaßen sicher abschätzen. Vielleicht auch erst ab Montag oder ab Dienstag. Hallo und herzlich willkommen zum Wetter am Mittwoch hier bei wetter.net. Aber erstmal schauen wir auf die Bilanz im Januar und der kühlt sich ganz langsam immer weiter ab. Wir haben eine mittlere Temperatur für die ersten neun Tage von 2,1 Grad Celsius. Damit liegen wir 2,9 Grad über dem alten Klimamittel drüber und nur noch 1,2 Grad über dem neuen Klimamittel. Bisher gab es 37 Liter Niederschlag pro Quadratmeter. Damit ist das Monatssoll zu 63 Prozent erfüllt. Und wir hatten bisher 13 Sonnenstunden. Und damit ist das Monatssoll in Sachen Sonnenscheindauer aktuell bereits zu 30 Prozent erfüllt worden. Spannung eben nächste Woche. Schauen wir hier mal auf die Höchsttemperaturen. Temperaturen am Donnerstag in einer Woche nach dem europäischen Wettermodell. Und demnach würde uns hier in Süddeutschland diese milde Luft erreichen. 10, 11, 12, teilweise 13 Grad. Weiter nördlich dagegen deutlich kühler. Und hier in diesem Bereich, da würde quasi kräftiger Schnee fallen. Weiter im Süden wäre es Eisregen. Und ganz im Süden meist eben nur Regen. Kein Wunder bei Temperaturen um 10, 11 oder gar 12 Grad. Aber jetzt gerade aktuell trudelt der neueste Sechserlauf ein vom amerikanischen GFS-Modell. Nochmal als Erklärung. Die Wettermodelle berechnen alle sechs Stunden die neuesten Prognosen um 0 Uhr, um 6 Uhr, um 12 Uhr und 18 Uhr Weltzeit jeweils. Und das ist der neueste Lauf, der Sechserlauf, der eingetrudelt ist. Und demnach wäre die Luftmassengrenze deutlich weiter im Süden. Irgendwo hier über dem Rhein-Main-Gebiet immer noch Frost. Ein Thema am Donnerstag in einer Woche südlich davon deutlich warmer. Zum Teil 8 bis 11 Grad. Eben so warm, wie auch das europäische Wettermodell berechnet hat. Was würde das zur Folge haben? Naja, das hätte zur Folge, dass die Luftmassengrenze eben sehr weit südlich liegen würde. Das hier ist die frische Berechnung für den Donnerstag in der nächsten Woche. Wir sehen zum Teil kräftigen Schneefall von Rheinland-Pfalz über Teile von Hessen bis rüber nach Nordbayern. Da käme richtig was runter an Schnee. Aber auch ein kleines Tiefzöge hier oben vorbei über Norddeutschland würde etwas Schneefall bringen. Wir schauen mal weiter. Und zwar auf die Prognose für nächste Woche Freitag ebenfalls der 6. Lauf. Und schauen da mal auf die Höchsttemperaturen für den Freitag in einer Woche. Und siehe da, die milden Luftmassen, die kämen erst mal gar nicht so richtig in Wallungen. Die blieben ziemlich weit südlich in Deutschland. Und das heißt, die Kälte würde sich in weiten Teilen erst mal halten. Und damit auch der Schnee, der eben am Mittwoch und teilweise am Donnerstag fällt. Und das wäre gerade mal nicht wirklich wenig. Wir schauen mal hier auf die Prognose in Sachen Schneehöhen für nächste Woche Freitag, für den 19. Januar. Und da sieht man wirklich mit einem Blick, wo wäre die Luftmassengrenze. Denn hier, wo der meiste Schnee liegt, hier wäre quasi Luftmassengrenze. Das ist eher der kalte Bereich der Luftmassengrenze. Weiter südlich der warme Bereich. Und mittendrin hier einmal über Deutschland, auch im Rhein-Main-Gebiet, 15 bis teilweise 20 Zentimeter Schnee. Das würde ausreichen für ein größeres Verkehrschaos. Aber, wie gesagt, das ist nur eine von vielen Lösungen. Und diese Berechnungen, die werden noch in den nächsten Stunden und Tagen immer wieder rauf und runter springen. Und dieses wilde Springen, das sieht man wirklich ganz extrem aktuell auf der Ensemble-Prognose-Grafik. Wir schauen hier mal nach Bad Kreuznach bis zum 26. Januar auf die Temperaturen in zwei Metern Höhe. Es wird in den kommenden Tagen auch in Bad Kreuznach an der Nahe langsam etwas milder werden. Temperaturen zwei bis drei Grad über null. Danach im Mittel meist auch um die zwei Grad. Dann könnte es ein bisschen kühler werden mal wieder. Es ist ein Auf und Ab. Immer wieder um den Gefrierpunkt herum. Zumindest nach dem Mittel. Aber die einzelnen Prognoseläufe, die drehen ja fast komplett am Rad. Da haben wir einzelne, die gehen rauf auf 12 bis 14 Grad plus. Dann gibt es andere, die gehen runter auf minus 12, minus 14 Grad. Da sieht man also mal so richtig, wie unsicher diese Lage ab nächster Woche ist. Bis zum 16., 17. ist das Ganze noch relativ einheitlich. Aber dann beginnt die Streuung wirklich sehr groß zu werden in Bad Kreuznach. Da kann es also alles Mögliche sein. Regen, Schneeregen, Eisregen. Die Wetterlage ist sehr spannend. Und Petrus lässt sich noch nicht so wirklich in die Karten schauen. Wir schauen weiter nach Potsdam. Auch hier ein ähnlicher Wetterverlauf. Erst mal raus aus dem Dauerfrost. Leichte Plusgrade. Dann wieder runter Richtung Dauerfrost. Aber auch hier gilt, die Ensemble mit wieder schießen nach oben. Sie schießen nach unten überall hin. Da ist wirklich eine große Streuung mit dabei. Und je nachdem eben fällt Regen, Schneeregen oder eben auch nur Schnee. Es bleibt, wie gesagt, sehr, sehr spannend. In dieser Wetterwoche allerdings ist erst mal alles Mögliche gelaufen. Da passiert nicht mehr gar so viel. Das könnt ihr alles live mitverfolgen in unserer Wetter.net-Wetter-App. Ja, wir schauen mal auf die kommende Nacht. Und die fällt wieder ziemlich kalt aus. Nachttemperaturen um die minus 4 bis minus 8 Grad. Teilweise über Schnee auch noch tiefer. Minus 10 bis minus 15 Grad sind regional eng begrenzt durchaus denkbar. Ja, und morgen bleibt uns das Hoch Hannelore erhalten. Hannelore sorgt für viel Sonnenschein ab und zu. Aber auch vor allen Dingen im Norden für dichten Dunst und Nebel. Da hat es die Sonne deutlich schwerer. Aber im Rest des Landes schaut sie immer wieder mal vorbei. Insgesamt morgen Temperaturen um die 0 bis maximal 3. Vielleicht auch 4 Grad direkt am Rhein bzw. an der Nordseeküste. Der Freitag bringt noch mehr Dunst, noch mehr Hochnebel im Norden. In der Landesmitte. Nur im Süden scheint zeitweise noch die Sonne. Das Ganze bei Temperaturen um die 1 bis 4 Grad. Und es bliebe weitgehend trocken. Genauso geht es auch am Samstag weiter. Bei einer leichten Milderung. Höchsttemperaturen so 2 bis 6 Grad dann schon wieder. Also Dauerfrost ist dann auch kein Thema mehr. Dazu viele Wolken nach Norden. Teilweise auch in der Landesmitte. Und im Süden, da haben wir Chancen auf Sonnenschein. Ja, und so geht es dann auch weiter zum Sonntag hin. Wobei es dann im Norden etwas Regen geben kann. Bei positiven Temperaturen von 4 oder 5 Grad. Ansonsten 1 bis maximal 6 Grad. Überall recht viele Wolken. Und die Sonne hat es am Sonntag wirklich richtig schwer. Zum Montag wird teilweise ein kleines Tief berechnet. Von Wettermodell zu Wettermodell ist das leicht verschieden. Ein kleines Tief, was hier über den Norden ziehen könnte. Richtung Südosten. Und das würde stellenweise auch ein paar Schneeschauer bringen. Beziehungsweise Schneefälle bis in tiefe Lagen. Bei Tagestemperaturen um 0 bis 5 Grad. Die dann aber eher im nasskalten Bereich liegen würden. Auch der Dienstag noch relativ entspannt. Der Schneefall hört vorübergehend wieder auf. Temperaturen so 1 bis 4 Grad. Aber zum Abend wieder ein paar neue Schneefälle im Norden des Landes. Und dann die spannende Wetterlage eben am Mittwoch und am Donnerstag. Da liegt dann wahrscheinlich die Luftmassengrenze genau über Deutschland rüber. Nach Norden eher kühler Schneefall. In der Landesmitte Schneefall. Aber auch hier überall noch zu Eisregen. Und ganz im Süden deutlich milder. 8 bis 10 Grad über 0. Hier fällt dann meist nur noch Regen. Und wo genau diese Luftmassengrenze liegen wird, das werden wir heute noch nicht erfahren. Auch morgen noch nicht. Da müssen wir noch abwarten bis zum Samstag, Sonntag. Vielleicht auch bis zum Montag. Dann können wir da ein bisschen genauer Petrus in die Karten schauen. Sehr spannend auch hier diese Wetterkarte mit den Luftmassentemperaturen in 1500 Metern Höhe. Und zwar der neueste Lauf vom GFS-Modell der NOAH für nächste Woche Donnerstag für den 18. Januar. Und da sieht man mal, wie dicht gedrängt die verschiedenen Temperaturen hier über Deutschland liegen. Zum Teil im Süden plus 4, plus 5, plus 6 Grad in 1500 Metern Höhe. Nach Norden dagegen richtig kalt. Zum Teil minus 8 oder minus 9 Grad. Und irgendwo hier in diesem Bereich, da fällt Schnee auf der kalten Seite. Und dann nach Süden zum Teil Eisregen. Und ganz im Süden ist es dann eben nur Regen, der da vom Himmel runterfällt. Aber teilweise eben auch auf gefrorenem Boden trifft. Und deswegen kann es so oder so auch ziemlich glatt werden. Wir blicken nach Norddeutschland bis zum 25. Januar auf die Prognose vom europäischen Wettermodell. Auf die Ensemble-Prognose. Auch die ist relativ ähnlich. Zunächst eine leichte Erwärmung. Dann wieder ein klein wenig kühler. Und ab dem 17. Januar ist wirklich alles offen. Ein totales Chaos in den Ensembles. 10, 11, 12 Grad. Dann hier minus 10, minus 12 Grad. Da ist wirklich alles möglich. Das Mittel liegt eben mittendrin. Und dazu Niederschläge, je nach Temperatur, Regen oder Schnee. Da müssen wir noch ein bisschen uns gedulden. Wir schauen nach Westdeutschland. Auch hier eine gleiche Wetterentwicklung. Aber die Tendenz ist doch eher ein bisschen mehr in Richtung mild. Schmuddelwetter ab dem 17., 18. Januar. Hier dominieren so etwas die milden Lösungen. Und dazu kräft die Niederschläge teilweise eben Regen. In mittleren und höheren Lagen, so ab 300 Metern, auch Schnee, Regen und Schnee. Und der Blick nach Ostdeutschland. Auch hier das Gleiche. Bis zum 17. Januar eine recht große Einigkeit bei den 2-Meter-Temperaturen. Aber dann beginnt direkt schlagartig mit dem Aufkommen dieser undurchsichtigen Luftmassengrenze. Das Rauf und Runter bei den Ensembles. Da kann man einfach noch keine sichere Prognose abgeben. Und wir schauen weiter nach Süddeutschland. Und auch hier zunächst recht große Einigkeit bei den Ensembles. Aber dann beginnt auch hier das große Rauschen mit dem aufkommenden Niederschlag. Und der wird eben je nach Höhenlage Schnee, Regen oder eben auch mal nur Schnee sein. Oder eben nur Regen in tiefen Lagen. Wir schauen in die Landesmitte hinein. Auch hier ist alles relativ ähnlich. Ein bisschen milder in den kommenden Tagen. Temperaturen meist um die 1 bis 2 Grad maximal. Und dann gilt auch hier das große Rauschen. Legt los im Mittel knapp über 0 Grad. Und dazu ab und zu Niederschlagssignale. Wir hatten uns im vorigen Video mal den Januar angeschaut. Wir schauen jetzt mal auf den Februar 2024. Auch hier auf die Prognose vom Climate Forecast System, vom CFS-Modell der NOA. Ja, und wir stellen fest, auch hier wird kräftig zurückgerudert. Es dominiert die Farbe Weiß. Das heißt weder deutlich zu warm, noch deutlich zu kalt. Im Vergleich zum neuen Klimamittel der Jahre 1991 bis 2020. Und nur hier im Westen und Norden, da könnte es noch ein klein wenig wärmer werden. 0,5 bis 1 Grad über dem neuen Klimamittel drüber. Es geht also die nächsten Tage und wahrscheinlich Wochen sehr, sehr spannend beim Wetter bei uns in Deutschland weiter. Erstmal relativ entspannt bis zum Wochenende. Aber nächste Woche, wenn diese Luftmassengrenze kommt, dann ist wieder ein ganz schöner Wetterkrimi angesagt. Das war's. Tschüss, bis bald.